Wunderschönen guten Tag, willkommen zurück zu Golf with your friends. Mit dabei sind der Stilau. Hallo. Und der Hegepito. Hallo. Wir sind als Pucks im Twilight Forest unterwegs. Mit Sprung natürlich an. Los geht's. Und verkacken. Sehr gut. Wir sind ja ein Puck. Habe ich doch gesagt, wir sind ein Puck. Ja, ich habe gerade kurz nicht dran gedacht. Lass uns beten. Lieber Gott, wenn es dich gibt, lass mich nicht letzter werden. Falls nicht existierst du nicht. Oh. Und was auch akzeptiert ist, sind unterschiedliche Ballgrößen. Das heißt, wir sind manchmal groß, manchmal klein. Also sind wir dann Riesenpucks? Oder zählt das nur bei Bällen? Ich bin mir nicht sicher. Riesenpucks. Ja, so ein Brotfladen oder so. Fällt schon mal gut an. Hicke steht schon mal ganz unten. Hey, aber ich bin nicht ganz unten. Ich habe nicht fünf Schläge gebraucht. Ach, verdammt. Ich versuche es jedes Mal wieder und ich weiß, es ist ein Fehler. Trotzdem mache ich es. Ich lerne halt auch nicht daraus, gell. Ja, wenn man ist auch nochmal sicher. Du nicht sag. Bei zwei Schlägen, aber durch die Oberseite. Ja, ich habe es gehört. Ich meine, besser als zwei ist halt auch schwierig, nicht wahr? Ja, war gut. Die Frage ist ja auch hier sicherlich auch für die Zuschauer, wie wird Hicke mit diesem psychischen Druck umgehen, nachdem er beim letzten Mal lange geführt hat und dann eben doch noch als letzterer rausgegangen ist, umgehen können. Er tastet sich ans Ziel ran, um direkt wieder letzter zu werden. Es wird schon noch. Wir haben noch ganz viel Zeit. Boah, Riesenbuchs. Yay. Das sind richtige Trümmer, äh. Aus dem Loch raus, ey. Hicke. Hast du einen hole in one? Nee. Ach schon, um Gottes Willen. Du kannst auch keinen hole in one machen. Was soll das denn? Verdammt. Er konnte keinen hole in one machen. Er hat mich nach vorne geschossen. Echt jetzt? Nein. Ach, da gibt es irgendeine unsichtbare Kante. Geh mal weg, Stilau. Geh mal weg, Hicke. Ihr nervt. Stilau, geh weg. Nein. Doch, geht doch. Danke. Ich verkack's. Ach, ich hab sieben Schläge gebraucht. Also so viel kannst du es nicht verkacken. Doch, wenn er jetzt nicht trifft. Ihr seid gemeinsam letzter. Du bist zweiter, Hicke. Ich werde auch hier Out of Stokes gehen. Meinst du? Ja. Ja gut, wenn du. Ja, okay. So schon. Ich erinnere mich, Krian war nur einmal letzter und hatte ab sich das Game getroffen. Ich hab nie ein Game gefroht. Doch. Ich frohe keine Games. Oh, das ist ein... Ich hasse diese Bahn. Ich bin rausgeflogen. Weil du dann nämlich nicht... Genial gerettet. Sensationeller Schlag. Das geht so. Ich bin halt einfach gut. Ja. Meinst du? Easy Birdie. Ja, natürlich. Easy Birdie. Oh, Hicke. Ich glaub, du bist nur ganz knapp drüber. Kann das sein? Bei mir bist du ins Loch reingefallen. Genau so. Ekel. Glück und zum zweiten Platz. Oh, Riesenpuck. Das mag Krian. Los geht's. Schade. Bisschen fester, das wäre ein Hold-in-One gewesen. Das wäre nett gewesen gerade. Boah. Stilau rechts vor links. Gut, dass Teko darauf aufgepasst hat. Jetzt sind voll weggerammt. Ja. Wenn der ein Stück nach vorne gegangen wäre. Jetzt ist diese Bahn wiederum doof. Ich mag sie. Hicke kommt zurück. Willkommen. Hallo. Ich weiß nicht, was ich von dieser Bahn halten soll. Ich war nämlich immer genauso wie der Hicke. Verdammt. Ich wollte mir mal außen anschauen, was da so schönes ist. Sieht gut aus. Ich höre da wieder leichte Meckereien vom Hicke. Kann das sein? Ich habe, weil ich aufgeholt habe, wahrscheinlich. Ich versuche ihn. Nein. Verdammt. Das geht mit dem Puck, glaube ich, nicht. Ah, viel zu weit. Nein, bleib stehen. Das ist gut. Das ist okay. Hallo. Oh. Ach, komm. Schöner Flug. Einen Punkt verloren. Ist okay. Der erste war halt Pech, dass ich da natürlich runterrutschen musste. Wohin führte das nochmal? War das nicht hier direkt der da? Ich glaube schon. Nein. Verdammt. Bisschen schräger. Toll. Das war jetzt nicht geplant. Und ich konnte nur noch zurückgeschlagen werden. Wow. Da hat der Hicke hier die Cheats aktiviert. Gehen wir den richtigen Weg. Sind wir mal langweilig. Toll. Wieder ein Schlag mehr, der unnötig war. Aber Hicke kommt auch noch. Hicke wollte schon die nächste Bahn üben. Ja. Ankündigung. Jetzt bin ich wieder Letzter. Nein. Stilor arbeitet hart an seinem letzten Platz. Ich gebe alles, um ihn zu verteidigen. Diese Bahn hasse ich ja. Ich mag sie nicht. Nein. Ich bin im Wasser. Wow. Ich kann da nicht rüber. Ich komme da nicht rüber. Was zur Hölle? Du auch nicht, gell? Was zur? Das ist ja sau der Beschiss. Aber die ging es gerade aber wieder. Nee, ich bin gesprungen. Deswegen. Aber ich bin genau in das Loch rein. Vielen Dank. Toll. Wie viele Schläge hat mich das jetzt gekostet? Ich bin einfach zurück teleportiert worden. Sensationell. Gut zu wissen. Boah. Stilor. Schönes Finish hinten raus. Das war schwierig. Das war schwierig. Diese Bahn. Ich kann mir nie merken, wo ist das Loch bei dieser Bahn. Hier. Nicht. Ich kann mir das nicht merken. Ich glaube, das ist leicht nach da versetzt, oder? Jawohl. Der ist gut. Der ist gut. Ich fahre zu weit. Der ist gut. Ich glaube, Heker hat ein Hole in One gemacht. Kann das sein? Der ist auch ganz oben. Ich habe gerade einen einlochen gehört. Und das war nicht ich. Ich bin aus der Map gefallen. Ich kann es auch nicht gewesen sein. Krass. Das wäre fast ein Einschleifung gebraucht jetzt. Aber jetzt habe ich zu lange gebraucht. Dann hat Heker wieder Vorsprung gut gemacht. Und er rutscht noch rein. Ja, aber man weiß, wie schnell das hier gehen kann. Oh, als Maxi-Puck. Verdammt. Ich wollte es genauso machen wie Heker. Ich habe es versaut. Oh, komm. Aber ich habe drei gebraucht. Noch mehr. Zack, zack, zack. Naja. Machen wir eben auch drei. Wenn Heker drei braucht, kann ich mit drei auch leben. Wie ich nicht. Wow, vier. Du willst was Besonderes sein, schon klar. Nein! Heute sehen wir, zeigt sich Gott als existent an. Den Sprung nicht hinbekommen. Könnt er mir den Sieg? All in one! Ja, haut der in All in one raus. Das ist echt. Sensationell, Heker. Du hast diesen einen Sprung noch hinbekommen. Sehr gut. Ich habe ihn versaut. Ich habe nicht mehr klicken können. Bei mir ist das, ähm, die Waschmaschine kaputt. Bei mir ist die Waschmaschine kaputt. Wow, weil ich unter dem Äbkis bin, bei mir ist sie auch kaputt. Bei mir springt ich nicht mal noch. Ich muss sie jetzt ganz schnell schlagen, weil ich bin da irgendwie am rum. Ich habe nicht mal geschlagen, ich bin einfach durchgeklitscht. Ja, ich bin auch schon zweimal durchgeklitscht. Ich glaube eher, dass ich das war, dass ich dich rausgeschlagen habe. Weil ich musste schlagen, ich konnte nicht warten. Nach einem kurzen Moment hat er immer mein Schlag zurückgesetzt. Na, jetzt greif ich doch nochmal an. Das waren die Momente, in denen du beim letzten Mal das Spiel noch verloren hast. Wo muss man da hin? Äh, da rechts. Also, Gegenteil von dem, was ich gemacht habe. Und das von Heeg. Oh, ich dachte gerade, das könnte im kurzen Moment blöd gewesen sein. Hallo. Ja, du hast gerade was gegenseitig weggehauen. Das wäre auch gut gewesen. Ich habe das jetzt sehr lustig ausgesehen. Diese Bahn ist auch scheiße. Aber ich schaffe es wenigstens diesmal. Wow, ich bin gerade wegen einem. Also, ich nehme einen Bart. Nochmal? Ja. Nee, doch nicht, du hast dich gerettet. Oh, da bleibt der Dien. Warte, ich habe da schon wieder eine unsichtbare Wand. Und jetzt bist du einfach bei mir runtergefallen. Bin ich auch bei mir. Sensationell. Also, zur Zeit, den letzten Patch, hat das Spiel nicht ganz vertragen, glaube ich. Jawohl. Elf Schläge bei zwei Bahn. Das darf ich nicht verlieren. Und Heke wird nicht mehr letzter. Äh. Oh, das war, glaube ich, dumm. Da oben drauf zu liegen ist dumm. Da oben drauf zu liegen ist dumm. Komm runter. Geht doch. Warum? Warum was? Warum bewegt sich mein Ball im Wasser nicht? Das ist vielleicht zu schwer. Oder? Deiner ist aus Stein. Bin ich auf der Brücke, ey. Ja, du bist auf der Brücke. Das war dumm. Bisschen. Hast du versucht, Heke? Wollte gucken, ob da heute ein schöneres Wasser ist. Vielleicht das, was ich da tragen kann. Woll. Oh, der ist knapp. Geht auf Nummer sicher. Oh. Mir geht auf Nummer sicher. Ich gehe in den Abgrund. Ich lasse es sein, Jungs. Ich lasse es sein. Ich bin dir doch direkt gefolgt. Nein. Aber der war gut. Easy win. Oh. Der war schön, Heke. Und Stilau fährt leider auch nicht. Als Kugel wäre das lustiger gewesen. Wir wären alle mitgenommen worden. Von den Minen-Cards da. Minen-Bahn-Dinger. Mit der Kugel gehe ich die Bahn aber anders an. Das ist wahr. Wieder mal souveräner Sieg. Ich hoffe, ihr hattet alles Spaß. Bis zum nächsten Mal. Und tschau, Leute. Tschüss. Tschüss.